So, wir brauchen auf jeden Fall ein Nackenhörnchen, dicke Socken, Sonnenbrille und eine Taschenlampe. Sagt wer? Na, der Reiseführer. Ach das. Daraus wird nichts. Aber, du hast doch gesagt, du kümmerst dich. Ich dachte, wir fliegen bald. Ich glaube, wir haben uns mit diesem Neuseeland vielleicht ein bisschen verrannt. Ich mag ja verreisen partout ans andere Ende der Welt. Außerdem ist das extrem teuer. Für das Geld kriegen wir zwei Treppenlifte. Ich will überhaupt gar keinen Treppenlift. Ja, jetzt noch nicht, klar. Aber hast du gar keine Sorgen, was man sein wird? Altersarmut und so? Möchtest du so enden wie Philippa? Lebensabende in einem Bauwagen? Also, wenn ich mich entscheiden muss zwischen drei Wochen Neuseeland oder einem Jahr Pflegeheim... Dann würdest du das Pflegeheim nehmen? Trocken. Schrecklich. Ich finde es trotzdem schade, dass du den Victor nicht betreuen willst. Ist überhaupt nicht meins. Ich sage dir, macht's gut. Danke für die Buchweizenkringel. Die sollen sich den anderen suchen. Hast du gerade komisch geguckt? Ich habe überhaupt nicht geguckt. Würde ich aber hoffen. Kletterte einer aufs Dach? Gott, ja. Also, manche Kinder sind wirklich... Janik? Janik, nein! Morgen, Herr Doktor. Danke. Wo ist denn Ihr Hund? Er ist gestern Abend gestorben. Er hat sich zu Tode gelangmeilt. Endlich im Ruhestand. Nein! Da sind rotierende Klingen drin. Wenn man da mit dem Fuß reinkommt, können die kaputt gehen. Endlich Zeit für alte Freunde. Erinnerst du dich noch an Gerhard? Der schwule Lentalist mit dem Stock am Arsch. Und sie die unbegabte Pantomime, während der der Fisch kalt wurde. Das liebe ich am Alter. Dass man sich endlich die Wahrheit sagt. Oder die größte aller Herausforderungen. Patenenkel. Wir müssen doch mal irgendwas machen. Bei Philippa ist wenigstens immer was los. Mit ihrem Enkeldienst. Schulz. Ja, vielleicht soll ich das auch mal machen. Das wäre der Janik. Der Janik hat gleich eine Zeichnung geschickt. Und wer bin ich da? Die da in der Kanone drin. Der schießt sie raus. Ich glaube, der Kontakt zu dem Jungen würde dir sehr gut tun. Ich habe mal eine alte Blockflöte gespielt. Kann ich dir mal zeigen? Sag mal. Kennst du diesen Mann? Ich bin der Paten. Er will mir seine Flöte zeigen. Er hat ein Riesending. Er hat ein Riesending. Cool. Ein alter Computer mit Drucker drin. Ich will leben und mich nicht immer nur sorgen. Weißt du, wie das ist? Ein Mensch, der dich so nimmt, wie du bist. Verreisen ist extrem teuer. Für das Geld kriegen wir zwei Treppenlifter. Was soll Victor denn mit mir? Das sind doch verschiedene Welten. Willst du nicht mein Opa sein? So macht man das in einer Familie. Meine Eltern sagen, wir essen nur Bio. Dann überleg dir mal, wer der Gemeine ist. Der, der ein glückliches Schwein tötet oder der, der ein unglückliches Schwein tötet. Der, der ein glückliches Schwein tötet.